So, dann gehen wir mal wieder die Städte durch. Ihr habt nichts, A-Kraft. Großes Warrock-Lager vernichten, okay. So, jetzt haben wir jede Menge Nahrung. So. Ihr habt nichts... Brigantenlager vernichten, okay. Ihr habt auch nichts und ihr habt auch nichts, okay. Yo-ho! At last. Yo-ho! 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 Die Grabsstätte sollte jetzt eigentlich nicht so das... Oh, Orks-Skelette und Akolyten, das ist nicht so gut. Who, if not us? What are we going to do? Now at last. Are we going to raid this village? What are we going to do? Oh, hier die Menge Gold. Yes. Noch eine Wissensschriftrolle? Ja. Yes. Okay. And... Grabstätte und wahrscheinlich wieder eine verfluchte Hütte. Deswegen gehen wir hier oben hin. Are we going to fight or what? At last. Kill them all. At last. We'll share the trophies. At last. Irgendwie muss ich gerade eben an die erste Map von Borginger denken, wo es eine verfluchte Hütte gab, die eigentlich endlos Zombies ausgespuckt hat und das ziemlich schnell. Kill them to pieces. Das sind jetzt viele Gegner und das haut rein gerade. Wir haben einen Heerführer verloren. Au. We'll share the trophies. Ein Akolyt. Wo kommt der her? Hier oben wahrscheinlich. Ja, der kommt von der Grabstätte. Joho! At last. Now what? Hm. Okay, ein Heerführer zu ersetzen dürfte noch die Pram. Noch ein Chaos Ring für Sveers. Okay. 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 Also ein bisschen Nahrung und Holz kann ich denen verkaufen. Auch wenn sie eigentlich jetzt gerade ihr Holz selber anschleppen können. Dadurch, dass ich den Weg zur Sägemühle freigeräumt habe, ist die Frage, wo ist denn der Steinbruch hier? Ah, hier hinten. Ne, das könnte dann doch etwas kritischer werden, aber das ist dann dann so weit, wenn sie da hinten hingehen und von Wehrwölfen und so zerfetzt werden. Dann werden sie mich auch sicherlich wieder um Hilfe bitten. Ah ja, verkaufen wir denen mal etwas. Ach so, die benutzen hier Holz in der Karawane und schleppen es weg. So, geben wir erst mal den Ring ab. So. Dann mal gucken, wie teuer seid ihr. 300 Gold. Äh, ne Wissensschriftrolle, die nehm ich gerne. So. Das, was ihr hier an Nahrung habt, kann verkauft werden. Das, was ihr hier an Nahrung habt. So, verkaufen wir noch. Ja. Das reicht zum Verkaufen eigentlich. What are we going to do? Are we going to raid this village? Hm. Hm. Komm, den Kupferring, den hätte ich gerne. So. A-Kraft braucht zum Wachsen Steine. Ne? What are we going to do? Yeah. könnten wir hinkriegen. Are we going to fight or what? At last. Luna, wer macht uns ein Angebot? Mhm. Ja. Are we going to fight or what? Wo kommen die jetzt her? Kann mich jetzt nicht an große Monster hier erinnern. Äh. Naja, halb so wild. What? Are we going to fight or what? Weil hier sind die Worg... Oh. Hier sind wieder Leute gestorben. Äh. Und ja, ich bin ja hier an der Stelle. Joho. Man merkt, hier ist viel, viel los. Hier hängt schon wieder fest. Ach, Briganten und Worox kämpfen gegeneinander. Brigantenlager und Lager der großen Worox vernichten. Betrifft sich gut. Ah, und hier sind die Phantomhüllen, wo ich Zeug besorgen soll. Are we going to fight or what? Mmh. Der Ort sieht unschön aus. Here they are. Lunaville bittet um Hilfe. We are under attack. Noch ein Brigantenlager zum Vernichten. Are we going to fight or what? Are we going to fight or what? Tear them to pieces. At last. Can't go on without us. In the same way. Are we going to fight or what? Liebe Schreckensmagier, bleib... Da sind vier Stück drin. Äh... Are we going to fight or what? Nicht schön. Kill them all. 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 And... Now what? Ist es noch eine Wissensschriftballe hier? Ja, Tatsache. Can't go on without us. Ach, ruhig mal für unseren Schamanen. Can't go on without us. Okay, das hier ist ein übelster Ort. Wie schafft man das hier? Weil hier sind... Phantomhöhlen. Zig Stück. Also ja, sie ein bisschen vergiften. So langgeblich Wunder wirken. Tear them to pieces. Ihr seht das kleine Problemchen, was ich da habe gerade. Da sind so viele Phantomkrieger, die fetzen einfach meine Truppen weg. Aber wie sie die wegfetzen. Yoho, we'll share the trophies. Ow. Nicht gut. Okay. Achso ja, das waren Erfahrungspunkte, aber auch man wusste bis zum Gehtnichtmehr. Und da kommen noch mehr Phantome. Da kommen immer mehr Phantome. Und da sieht man das kleine, feine Problem. Sind jetzt... Nein, die Marker sind sogar noch da. So, ich kann nur eins machen. Ich schreie. Was Lord? Wir haben die Trophäe. Wir haben die Trophäe. Wir haben die Trophäe. Wir machen die Trophäe. Vielen Dank.